Ich bin der Benni Lindbergh, ich bin der sportliche Leiter in Hannes-Hawaitus-Trainingscamp von 30. Dritter bis 13. Dritter 2019. So, also in unserem Camp jetzt Anfang April, da würden wir uns ein bisschen auf bipolarisiertes Training und konzentrieren. Das heißt, wir trainieren sowohl ganz kurz und hart, wie längere Sachen und locker. Also worauf ihr euch freuen könnt, ist zum Beispiel ein Zeitfahren auf Rad, Laufintervalle am Strandboulevard und ein kurzes Wechseltraining. Aber ganz sicher auch die ganz klassischen Sachen, ein längerer Lauf zum Leuchtturm, die Königsetappe ganz klassisch und schöne Touren sowohl flach wie bergig. Als kleines Highlight habe ich mich noch ausgedacht, eine schöne Tour nach Süden zu Costa Calma. Da gibt es die berühmten Kite Strände und wenn es Ebbe ist, kann man da fantastische Beach Runs machen. Und dann würden wir dahin mit Rad fahren. Wenn jemand passt auf die Fahrräder auf und wir laufen dann barfuß 30 Minuten locker auf die Sanddüme, verstärken uns wieder auf Auto und fahren mit Rad wieder zurück. Also das verspreche ich mir, wird ein richtiges Highlight sein. Das war das Wettbewerbv-Wettbewerbung. Vielen Dank.